Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. So, heute gebe ich euch mal die Vergangenheitsformen von dem Partizip Perfekt, von den unregelmäßigen Verben. Caer, fallen, caído, caído. Decir, sagen, dicho, dicho. Hacer, machen und tun, hecho, hecho. Ir, gehen, ido, ido. Oir, hören, oído, oído. Poner, setzen, stellen und legen, puesto, puesto. Dann haben wir ser, sein, sido, sido. Traer, herbringen, traído. Traer, ver, sehen, visto, visto. So, das sind die unregelmäßigen im Partizip Perfekt und die werden mit dem Hilfsverb haber gebildet. Darüber habe ich ja schon mal berichtet und das war jetzt die Liste der unregelmäßigen Verben in der Vergangenheit. Ja, und damit sage ich dann auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Muchas gracias, hasta la próxima. Vielen Dank.